Ich kenne die Berlin Night of Fashion ja schon, ich war ja vor zwei Jahren dabei und ich hatte so eine tolle Referenz dann auf Facebook, so ein mega Zuruf und alle haben gesagt, warum wir nicht mehr mitmachen und es ist ja für uns immer viel Vorbereitung, weil wir halt wirklich alles selber machen, von den Flügeln, von den Outfits, von den Haarteilen, Perücken, es wird alles selber gemacht und deswegen ist es für uns natürlich immer ein extremer Aufwand, aber wir haben gesagt, wir müssen wieder mitmachen. Unsere Kollektion ist so ein bisschen angehaucht an Elfenfeen, aber jeder Schüler durfte wirklich seine eigene Sache interpretieren und wir wollen auch gar nicht reinreden, sie haben bei uns die Technik gelernt und haben heute die Möglichkeit, alles umzusetzen. Einzelfdeck. So. 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 Vielen Dank.